Ich muss gerne Magazine finden. Zum Beispiel hier würde ich jetzt gerne ein Standard 30 aufnehmen. Was mir ein bisschen Freude bereitet, aber naja. Komm du mal zu mir hier. Ah, immerhin ein paar EP. Was mich gerade wundet ist, dass noch keiner Kohle hat fallen lassen. Weiß noch gar nicht, ob ich das schon mal in den Aufnahmen irgendwie mit eingefangen habe. Ich glaube aber nicht. Auf jeden Fall droppen die ab zu Kohle. Das kann ich euch versprechen. Das ist ein paar Mal gehabt. Schon wieder ein Tactical Knife. Äh, noch ein Tactical Knife. Leckt mich doch fett. Was soll ich denn mit der Scheiße? Wo hast du denn? Wo hast du dich denn? Was steckt, ne? Kleiner Scheißkerl. Ja, angeblich soll ich jetzt laut den Skills mehr tragen können. Bleibt abzuwarten. Ich weiß, ob da auch so ein Skill gewesen ist von wegen mehr Lootglück oder so. Aber, wie man sieht, ich kann nicht mehr tragen irgendwie. Alles essen, alles trinken hier. So. Ja, hört ihr die Geräusche? Auf jeden Fall jetzt neu hier drin, ne? Sowas finde ich schon nice. Auf jeden Fall. Das Spiel macht sich langsam. Ich habe mich ja viel darüber beschwert, wie es damals da an Steam 4 ja nicht vorhanden, sondern verfügbar gewesen ist. dass die da Versprechen gemacht haben, die sie gar nicht eingehalten haben. Jetzt haben sie aber, durch das sich viele beschwerten, genau diese Punkte abgearbeitet, sodass, äh, mich hier ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier einer aufsteht. Dass sie auf jeden Fall jetzt das Spiel vertreiben können, was sie auch versprochen haben. Ist auf jeden Fall größer geworden hier das Haus, glaube ich. auch keine Kohle fallen lassen. Da kommt noch eine. Siehste? Hm. Auch keine Kohle fallen lassen. Was ist denn los? Ich komme auf jeden Fall jetzt auch nach hinten raus. 1911-Waffe. So, dann gebe ich jetzt auch laut meiner Skilltrees, ähm, nicht mehr so viel Krach beim Entlangschleichen machen. Da soll mich eigentlich auch ziemlich spät erst wahrnehmen. Naja, scheint wohl nicht wirklich so zu funktionieren, ne? Da, Moni. Genau. Also, man sieht hier in Clearview, wo war hier 28 Dollar? Was soll ich denn damit, ey? Wobei, Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? Aber es droppt Geld. Genau wie EP. Also, das heißt, hier kann man nach ein paar Runden schon ein bisschen was reißen. Ist nichts. Na, komm mal her. Er ist down. Nichts fallen lassen, wie es aussieht. Könnte was im Auto liegen. Tut's auch. Jetzt werde ich erstmal die Tactical Knives droppen. Weil davon haben wir genug, da brauchen wir nichts mehr. Ja, Flair ganz immer mal mit. Wer weiß, wofür die in Zukunft noch gut sein werden. Da schon wieder das Essgeräusch. Wobei ich das so ein bisschen nach Alien anhöre, ehrlich gesagt. So, 28 Dollar bei 7 Kills oder was haben wir jetzt? Keine Ahnung. Bisschen magere Ausbeute. Meine Saints. Irgendwo schmatzt noch wer. Da ist er doch. Da, zwei Pistolen direkt. So, eine Kuga 22. Eine 19. Die ich nicht mitnehmen kann. Bag of Chips. Alle schön futtern. Dann noch lieber die zwei Pistolen. Can of Soda. Can of Soda. Normalerweise sollte ich laut Skills mehr tragen können. Oder die Items nicht aussammeln, weniger Gewicht haben. Ist in dem Fall nicht der Fall zu sein. Da ist aber ein paar Zombies mehr hier. Money. Immer mitnehmen. Das sind schon mal 43 Dollar. Immerhin. Das ist ungünstig verteilt. Das könnte aber auch der Respawn einfach nur sein. nicht nur eine Knarre. Kann sogar eine Anaconda sein. Jep. die ich nicht tragen kann. Ich will nicht tragen kann. weil ich ehrlich gesagt auch eine Knarre in die Hand nehmen könnte. Ich bin auf jeden Fall überladen. noch mal eine Mausberg. Ne Mausberg. Ne Mausberg. Was ich hier wohl noch tragen können. Das sind zwei. Dürfte aber noch gehen. Aber okay. Das war okay. Noch eine Knarre. Ja komm. Die kann ich liegen lassen. Also bei Knarren. Muss nicht unbedingt sein. Aber hier die Sachen. Waffen und so weiter. Die werde ich auch weiterhin mitnehmen. Wobei mir da wie gesagt Magazine immer noch lieber wären. Der Kollege wartet auch. Chocolate Bar. Chocolate Bar. Das ist nur eine Knarre. Doppelläufige sogar. Da habe ich sogar gerne einiges für liegen. Geht doch. Also eine habe ich noch nie gefunden. Hier ist nichts. Eine Garage. Was ist das? Flaschleap brauche ich nicht. Leck mich doch fett. Ey. Was droppt denn heute hier alles? Ganz ehrlich. Brauche schon so einen Scheiß. Wenn man solche Waffen haben kann. Das ist noch okay. Ich gehe ja eh hier hinten lang. Nehmen wir alle Häuser mit. Wir haben da noch eins an der Ecke. Wo ich sonst mal was rausgezogen habe. Wobei da sind wir eben schon drin gewesen an dem Haus, was ich meine. Aber auch da kann noch was ganz, ganz Schönes auf uns warten. Ja. Sowas zum Beispiel nicht. Ist aber nichts. Okay. Einzelne Oatmeal. Kann ich das tragen? Nein. Too much weight. Aber das passt dann schon. Kann ich diesmal auch nur eine Lootrunde machen. So überladen wie ich bin. Water. Da ist nichts. Geht es auf jeden Fall immer noch mal in die Police Station. Und da an die beiden Häuser auf jeden Fall noch. Ist schon hell genug. Da ist mir noch ein bisschen zu riskant. Das ist scheinbar so ein bisschen komisch. Bevor ich da irgendjemandem in die Hände laufe, lassen wir noch ein bisschen unser Nachtsichtgerät da über den Kopf. Da kommen wir eigentlich noch direkt hier durch. In das Haus wollten wir ja eh. Da drüben noch in das Haus und dann passt das wieder zur Police Station und dann Richtung Safe Zone wieder. und dann gehe ich wenn wir uns ausloggen noch auf die Skill Trees ein. Ich will auf jeden Fall noch zeigen werden. Den brauche ich nicht. Was mich so ein bisschen ärgert ist, dass hier zwar jetzt Dollar droppen, aber dass so wenig ist sich das nicht wirklich lohnt aufzusammeln. Wobei ja, ich sage ja Kleinvieh macht normalerweise auch Mist. ganz ehrlich, ich hätte jetzt so ein bisschen Bock hier rumzuballern. Wo man dann wieder mit der Gefahr läuft, dass sich Horden aufmachen. Ich weiß nicht, ob der Schalldämpfer auf meine... Oh. Hallo, Kollege. War jetzt super, dass ich ihn gesehen habe. Ob der Schalldämpfer auf so eine kleine Pistole passt. Und ganz ehrlich, so im Eifer des Gefechts bin ich nicht wirklich schnell im Waffel wechseln. Hier Chocolate und so weiter kann ich leider nicht mehr aufnehmen, aber die Sherry-Coe würde ich gerne mitnehmen. Gucken, ob das noch geht. Jip. Da liegt nichts. Jetzt noch einmal kurz Police-Stage beziehungsweise ich gehe mal kurz hier in den Trailer rein. Jetzt werden die einen zwar sagen, oh, bist du langweilig, bist du mal wieder nur durch Clearview gegangen. Hey, Jungs, das sollte jetzt eigentlich nur eine Aufnahme sein, durch die ich so lange Pause gemacht habe. Um euch halt die Neuerungen ein bisschen nahe zu bringen. Ich hatte ja versprochen, sobald es Neuerungen gibt, mache ich Aufnahmen. Die Woche war ein bisschen chaotisch, dass ich es wirklich jetzt nur geschafft habe am Wochenende. sobald es heute Freitag den 8. März und ja, wollte einfach so schnell wie möglich halt eine Folge hochziehen. Und selbst auch erst mal gucken, wie wir dann die Materie finden hier bei The War Sea um zu schauen, wie hier im Großen und Ganzen die Veränderungen ausgefallen sind. muss ich mal ein Large Backpack finden. Also Skilltrees sind da. Aber die scheinen noch nicht so richtig ausgereift zu sein, weil wenn ich mir das hier angucke, ob da Schleichen geskillt und Co. und bla 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 und ja, wirklich was bringt, tut es nicht. Na komm, gehen wir nochmal am Bus vorbei, beziehungsweise den Fritz nehmen wir noch mit. Zombies sollten ja angeblich auch was droppen, tun sie auch nicht. Außer Kohle ab und zu. Flashlight, überall eine Flashlight. Ich mach kurz hier die Müllcontainer ab. Würde ich mich jetzt kaputt lachen, wenn ich da irgendwas Geiles drin finde, ehrlich. Naja. Also auf den Rückmarsch zur Safe Zone. Seht ihr selber, eine Runde gestartet so ein Direkt Inventar voll. Schon lang nicht mehr. Ich da bedenke, dass wir da letztes Mal drei Runden drehen konnten, ohne da großartig irgendwie Sinnvolles zu finden. Jetzt kriegst du hier zwar massig Waffen, aber Magazine, weiterhin ist ja nichts zu sagen. Am liebsten würde ich jetzt echt hier so, was war das? F6? Passt leider kein Schalldämpfer drauf. Beziehungsweise, wenn ich jetzt auf die 1 drücke, mach die Schalldämpfer wieder ab. Müsste das doch eigentlich gehen, oder? Ne, schade. Schade, oder kriege ich vielleicht hier einen Schalldämpfer drauf? Auch nicht. Was haben wir denn sonst noch? Kruger brauche ich gar nicht ausprobieren. Dann trauen wir uns doch einfach mal an. Na, komm. Diesen Schiss habe ich zwar, aber es geht ja eigentlich, ne? Oh, es geht. Es geht. Kann ich die gleich direkt wegschmeißen? Schick keine auf. Bisschen Bum Bum. Gehen wir noch ein paar EP so. Oh, es geht auch hier mit dem Tageslicht. Wie gesagt, Pistolen habe ich en masse. Kann ich ein bisschen Spaß betreiben hier. Oh, es ist auch mit einem Schuss. Streut aber doch schon ganz schön. Das ist genau das eingetreten, was ich meine. So, dann kann ich mich jetzt die Waffe direkt wegklatschen. Drop Item. Nehmen wir jetzt mal hier die. Das geht eigentlich auch vom Geräuschpegel, wenn ich ehrlich bin. Das geht eigentlich , wie gesagt, das geht. Oh, es geht.